So, über den großen Teil, hinter Mauer und Hürden, da kommt ich daher, weil es nicht Madame und es gelüstet nicht mehr, nach Poxel, Bier, Mech und Wein, bei Berlin hieße es immer nur, lass das doch sein. Gehört habe ich schon viel von euch von diesem Ort, diesem großen, schönen Haus. Manche denken da Gutes darüber, manche aber trotzdem nicht raus. Von Arten und Rassen für eine fünfte Jahreszeit konnte ich leben. Denn wir haben auch eine Zauberkugel und nicht nur den Besen. Aus dieser Kugel werde ich euch heute berichten. Aus vergangenen Tagen, da klappt es für die folgenden Zeiten, naja mit Nichten. Artikel aus vergangenen Tagen lese ich vor und fange damit an. Mit etwas Glück und Flüssigkeit lebe ich auch die Zubuss dran. Flüssigkeit. 1990. Nach dem Treffen der Urlaubsbrüche ein voller Erfolg. Über 1500 Seesträger im vollbesetzten Stadthaus sorgen für ein ärgerisches Fest zu schicken. 1995, der Oscar 95 geht an die Burghexen. Eine Show der Extraklasse verfolgten 800 Gäste im komplett ausverkauften Stadthaus. 2000, Zigeunerklicke mit berauschendem Mottoabend. 600 nerdische Zuschauer lieben sich im vollbesetzten Stadthaus unter dem Motto Zirkus Vertrauban. 2005, Zunstabend der Nackestungsbriefloge, ein Highlight der Fassnacht Seinsson. Mit einem gut durchdachten und kurzweiligen Programm schafften sie es, die 400 Gäste im vollbesetzten Stadthaus zu begeistern. Eines werde ich jetzt wagen und einen Blick in die Zukunft will ich sehen, was wir wohl in den kommenden Jahren da stehen. 2017, magische Momente bei den Klosterkontexten. Kasem ist auf dem letzten Platz in wenigen Stunden vergriffen. Diese Reihe 150 nerdischen Gäste erlebten einen saumhaften Abend mit Schaufhahn und Gesang. Seid ihr auch der Meinung? 2029. E klar, beim Vorverkauf der Zigeunerklicke zum 55-jährigen Jubiläum. Trotz der gezwungenermaßen hohen Eintrittspreise von 140 Euro pro Karte war das Stadthaus innerhalb einer Minute ausverkauft. Doch den 15 Gästen wurde außer einem grandiosen Programm noch etliches geboten. Ein persönlicher Sicherheitsdienst und eine eigene Bedienung, welche beide für den Fall der Fremden-Schuh waren und ihren Text auf Konten. Bitte verhalten Sie sich ruhig, stehen Sie auf und publikieren dran. Ich begleite Sie zu Ihrem persönlichen Notausgang. Auf was ich hinaus will, ihr wisst es genau. Denn wer diese Zahnen hört, kennt keinen Verein, den das nicht stört. Ich frage mich, wer solche Gesetz gemacht und die Geschicke des Ortes vor längst, kann kein Ja sein. Ein Schelm, der böse dabei denkt. Doch genug der Worte und macht euch bereit. Ein Lied habe ich noch, aber ich singe es nur noch mit Glücklichkeit. Applaus Und das ist nur noch mit Glücklichkeit. Versuch mal, mit Glücklichkeit. Die neuen Worte gibt ein Wiener, der Jahre sind die Estranjoh, der Hotsch. Der Hupmann, Mit der Fastnacht hier im neuen Wurz, da gibt's ein Lied, Fünfteljahre, ich fliege die Grandiode. Und ich du, ne, trotz diesem Ort, und wo schaust noch viel weiter fort, die Anfahrt lohnt sich allemal hierher. Was soll ich da denn, das ist für mich, da machen alle, ja alle mit. Da ist die Sonne und diese Heide, und sie kippen die den Lauterweiler-Standhaus voll, die Schafen voll, und all aufs Lande weiter geht. Und wir fangen an, wir sind von Neubauern, wir sind fast nach Südwein, ja überall. Die Sturken und die Äpfel-Stand, die Neuner-Stand, die Böschel-Stand, jedes Jahr für Jahr so richtig klar. Da herrscht jetzt groß, bis in die Nacht, und auch mit jeden Zeit lang, das ist die Sonne steht rum, und fragt mich wer. Doch es ist nicht alles so richtig fest, die Vereine werden jetzt erst gebremst. Da ist der Typ, und auch der Brandschutz, und die Gema, die kommt doch dazu, die Miete hoch, die Blätter knapp. Da ist das Alt, als ich den Schach, aber trotzdem kriegt's ja, ja, da geht's ein Halb mehr, wenn es so wie früher wär. Ja, früher wär, dann kriegst du mal dein Auge zu, und lass der eine jetzt in Ruhe, Ja, früher kann ich das für euch auf wirklich gern, und ich bin auf den Zeitraum da, ich sage, heute, Und da die Regeln klappen und so schweren Ding, so geht es nicht weiter, das ist der Scherz. Was macht er haltet, liegt es noch am Herd, man könnte trinken und auch panzen und noch munkeln, so wie früher war. Doch nein, sagt ihr, warum nur hier, bei der Fort gibt es Spaß an jedem Ort, Aber trotzdem sagen wir, und so fast noch immer mehr, deswegen bleiben wir hier, deswegen hier. Und jetzt alle, versuchst mal, was täglich an jedem Ort, der Füßigkeit, der Füßigkeit. Und bist du nicht aus jedem Ort, und du schaust noch viel weiter vor, die Angst macht, lohnt mich alle mal hierher. Und bist du nicht aus jedem Ort, und du schaust noch viel weiter vor, die Angst macht, lohnt mich alle mal hierher. Ja, da muss ich, ah, das kommt doch. Da ist schon so, das ist auch ein Fußballfeld, auch immer so. Ich habe Ihnen gesagt, ich kam da über den Zeit, und in meinem Land, da weiß man ja, da werden viele Schrauben getroffen, alles ruhig, ruhig. Aber, also darf ich den Schrauben glauben, denn, da sagt einer, Bonjour, hier, wie du hast, bei mir als Fallon. Bonjour, 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 bonjour. Das habe ich gemeint. Ah, echt. Herzlich. Bonjour. Hallo, es ist so schön, hier im neuen Buch zu lassen. Hallo, bonjour. Oh, wie ist es heute? Bin ich jetzt ausgeschmissen? Oh, wir sind so gerne bei euch im neuen Buch. Mein Name ist Lüger, der Kerstin-Schenkel. Und wir kommen gerne durch, Jahr für Jahr, immer wieder und wieder. Ihr freut euch. Oh, la, la, oh, la, la, oh, la, la. Ich, soll ich euch mal erzählen, was wir sind? Ich, ich erzähle euch mal, wir sind, ja. Ja, klar, bravo, danke. Wir sind Gast, wir sind Gast, wir fasslosen Wittchen. Haben alles, was wir wollen, ein Sofalia-Oma. Neues Buch, liebe wir, fühlen uns zu Hause. Wir sind Gast, wir sind Gast, wir sind Gast, wir sind Gast. Es gibt schon für unser Geld, der Kist hat das, was gut gefällt. Wir kommen her, erraten, drehen, all die Wiedel und noch mehr. Ein KD ist noch da und der Zehmann, wo der war. Sie fällt Socken und auch Schuhe, wie beim Zeichmann noch dazu. Drogerie, zu Götchen, zu Götchen, zu Götchen, wir sind Gast. Wir sind Gast, wir sind Gast. Freundlichkeit, und es ist viel Uhr, Haller, auch weiche Fosur. Wir lieben Mode, sehen uns aus, ohne Anlässt auf uns drauf. Doch die Hose haben wir an, denn das Dächtchen, dieser Mann. Gern gesehen in den Geschäften, wir spüren die Tabette kräftet. Freundlichkeit, das bleibt ihr groß, immer ist bei euch was los. Es singt die Wette, jedes Paar bei uns im Haus. Wir kommen immer her, ihr denkt euch gleich doch mehr. Doch wir sind Gast, wir sind Gast, wir sind Gast. Freundlichkeit, das bleibt ihr groß, immer ist bei euch was los. Es singt die Wette, jedes Paar bei euch im Haus. Wir kommen immer her, ihr denkt euch gleich doch mehr. Doch wir sind Gast, wir sind Gast. Wir sind Gast, denn wir sind Gast. Merci. Wir sind Gast, wir sind Gast. Wir sind Gast. Wir sind Gast. Wir sind Gast, wir sind Gast. Ich weiß es nicht, ich kann nicht sagen. Wollt ihr noch eine hören? Aber dann können wir... Das ganze Lied noch einmal. Titteschroße, ja? Machen wir die Titte... Oh, der sagt mit dem Klauen, ne? Ich bin ja nicht von mir, oder? Wir setzen ein bei die... Äh, da gibt's ja da, ich bin ja wohl, aber die, Herr, die, was gut! Ich weiß es nicht, wo ist denn mit dem Klauen? Denn die Klauen ist, äh, glaube ich, äh, es gibt... Ah, ja, es gibt Schochen für unsere Geld, okay, was ist der? Es gibt Schochen für unsere Geld, denn ich kann das versuchen Ich bin ja schon mit dem Hass sehr, das ist die Sache Anders davon… Und ich kann dann nicht ganz blond. Wir dürfen nicht nur so, und wir sind auch so, und wir sind gut, wir sind gut, wir sind gut.